Yo, willkommen zurück hier bei Valheim Folgendes habe ich heute vor und zwar begeben wir uns hier unten zu diesem Portal Ähm Nicht das, ich weiß nicht welches das ist, muss ich dann mal gucken Ich glaube da hatte ich eins hingesetzt Finden wir raus, was ist denn hier los Ist dem zu schwer? Ne ne Was? Und dann werden wir mal von hier unten den Sumpf hier ablaufen Nicht durch den Nebelwald Nebelande, heißen sie es ja jetzt Also hieß es schon immer so Sondern hier links die Küste hoch Und gucken mal wie weit wir hier nach oben kommen Und mal sehen Wie groß hier die Lücke ist Weil hier hin lohnt es sich mal mit mehreren Schiffen zu fahren Und eventuell könnte man dann hier noch so ein paar Sachen bisschen hoch tragen Das ist so Ziemlich zentraler Punkt Dafür brauche ich auf jeden Fall Haben wir noch hier oben die Reiseportale Die sind weg Was ist denn die Maus? Oh Ausgabe ist aber lange Dadurch bleibt das hier hinten hängen Komisch ne? Es ist länger aber bleibt dadurch hängen Ja weil es sich da hinten verwickelt Bremst immer so meine Maus aus So Ähm ja Ich nehme auf jeden Fall mal was für die Portale mit So Glüsen das habe ich schon befürchtet Oh das ist ja schon mal nice So wieder der Blick Was brauche ich? Zehn Glüsen hätten wir schon mal drei Dann würde ich 60 mal edle Holz mitnehmen Wenn wir es haben Sodass wir drei Tore bauen können Für die Reise So Dann bräuchte ich sechs Zortling Kerle Richtig? Kerle Kerne Das sollte auch kein Problem sein Perfekt Dann hätten wir dafür schon mal alles Und jetzt muss ich nur mal im Portalhaus nachsehen Welches das Portal dahin ist Ich habe das blöderweise nicht beschriftet Und das ist auch eine Weile her So da gucken wir einfach mal hier Halt Hier vorne bei eins Gebirgsfarm Keine Ahnung wo die hingeht Ostsumpf Frosthöhle Händler Ah warte mal Nein wo sind denn die? Okay Nebellande Südebene Und Das ist ja das ganz unten Hier haben wir die Einreisepot Ich guck mal wo das hinführt Vielleicht ist das schon richtig Oh Ach hier bin ich Ja da bin ich Aber wieso ist denn da auf der Map? Okay das können wir mal verschieben Reise eins So So hier ist auf jeden Fall auch ein Sumpf Was Ziemlich cool ist Kommt der Todes Kito Aber hier will ich ja eigentlich gar nicht hin Dahinten ist nur eine Hütte Aber das müssten wir kennen Oh ne das ist hier vorne Gut Zurück Das ist auf jeden Fall falsch Ja komm Weg damit Haben wir genug Kann man nie genug von haben Aber lass ich da Kommt ja sonst nicht zurück Boah jetzt bin ich echt am überlegen Silberberg Aschesumpf Das war das Portal Glaube ich Genau und das setzen wir jetzt auch hier erstmal hin Aschesumpf Ich guck mal ganz kurz hier Oben Ich weiß nicht ob die Respawnen Ja wo man die Erze hier bekommt Boah cool das kann man ja blocken Wusste ich gar nicht Hehehe Ja im Prinzip hätten wir es ja schon Ich fahr jetzt nur hier am Rand Loslaufen Ich möchte aber erstmal gucken wie weit das hier ins Landesinnere geht Und was ich Ja gut ein paar Pfeile habe ich Weil wenn ich jetzt hier die ganze Zeit am Sumpf langlaufe Wärs geil wenn ich Schlundegel mitnehme Ja da ist wieder so eine Statue So damit haben wir hier auch die Grenze gezogen Ab hier sind die Ashlands vorbei Da hinten auch noch ein paar Inselchen Und Hier geht dann der Sumpf los So genau die brauche ich noch Da kommt der nächste Achso klar hier wird es ja eh dunkel im Moment Hätte ich einen Pfeil sparen können Hätte ich den ganz aufgeladen Sicherlich aber Ich wusste jetzt nicht wie das Von der Energie her wie weit ich noch kommen So wir machen das umgekehrt wie Marco Polo Oder Christopher Kolumbus Wir suchen jetzt nach dem Landweg Bei den Seeweg hier runter haben wir schon gefunden Hallo geh raus Da ein Schlundegel kommt Wop Vielleicht ist ja irgendwo auf der Strecke noch ein Gebirge Wär natürlich auch geil Dann hätten wir noch eins Zum erkunden für Frosthöhlen Weil da siehts noch mau aus Mau mau So Gibt es hier eine Kiste Das wäre sehr sehr cool Aber Haben sie nicht Wupp Ja sehr gut Zack 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 Hä was ist das Achso Oh jetzt ist schon dunkler Wald Oh krass Oh krass Da ist hier echt schon dunkler Wald Oh Ich dachte jetzt gerade vor mir ist es einfach so ein Gebirge Oh da geht aber steil hoch Mach den wir gerade noch platt hier Ist aber alles dunkler Wald Wahrscheinlich nur eine Klippe Ich hätte schon Bock da mal hoch zu gucken kurz Ob sich das hier noch weiter erhebt Ein richtiges Gebirge Es geht auf jeden Fall Immer konstant weiter hoch Aber Ich glaube dann hätten wir schon irgendwo Schnee gesehen Kann man sich ja mal merken Wird ja eh dann hier alles wieder abgesucht Später Zinn Zinnober Ja Ja Disteln sind nicht verkehrt die auch mit einzusammeln Wobei wir jetzt bei unserer Baumfarm Da habe ich jetzt schon so viel Abgepflanzt und so viel Punkte gesetzt Hat man eigentlich schon mal ein Video gemacht Da sind wir da hinten lang gelaufen Hier Jeder Punkt ist Entweder Distel oder Blaubeere Überwiegend aber Blaubeere Weil ich habe am Anfang nicht alle Disteln markiert Dachte ich mir ist sinnlos Aber wenn man die doch mal sucht Wäre es gut man kann halt zu jedem Punkt laufen Ich habe noch überlegt Machst du da irgendwie eine Markierung dran Also D für Distel B für Blaubeere Aber dann wäre das wieder so überfüllt gewesen Hier sind Nebellande man Oh da muss ich jetzt aber durch Jetzt komme ich ja nicht weiter Richtung Norden Ich glaube auch ganz außen lang Und hoffe dass dann später wenn das dann endlich kommt Das große Update Hier im Inland das generiert werden kann Da oben geht es auch hoch Da laufen wir einfach den Umriss entlang Und vielleicht setze ich hier auch mal direkt noch ein Portal irgendwo oder Hier so ist gut Ja ne komm machen wir Guck immer so dass die Spitze vorne leicht im Boden ist Na klar fehlt eine Werkbank Herstellung Ich muss es jetzt erstmal zwei nennen und hoffe zwei habe ich noch nicht War zwei schon vergeben Drei war nicht vergeben Drei war nicht vergeben Ich glaube das nutze ich jetzt auch und gehe kurz zurück Um mich mal zu leeren Zu entleeren So Die Kisten sind nämlich voll Äh die Kisten sag ich Inventar Also ich sortiere es jetzt nicht groß Ich pack alles nur in meine private unsortierte Kiste Oh da sind ja auch noch Trophäen drin Na Okay Ne die brauche ich Öh Distel sind schon drin So das reicht schon Ich will ja nur wieder ein bisschen Platz haben Falls ich noch Loot mitnehmen kann Loot den ich brauche Schlundegel, Distel, Harz Wir brauchen echt wieder einiges an Harz So Drei Das können wir auch nur umbenennen Ich glaube Ja weiß ich noch nicht Wir haben ja schon ein Portal Nebellande Nebel irgendwas Großer Nebel Weil es ist eine große Nebel Fläche oder? Wenn hier oben Nebellande ist Oh da ist Sumpf Sumpf Das ist alles dann Nebel Wenn der Sumpf hier so schräg hoch geht Können wir das irgendwie so Großnebel nennen Aber hier ist echt noch nichts Und Es sollten ja eigentlich Wälder werden Oder generell Nebel Walde Oder Nebellande sollte eigentlich ein Wald sein Da müsste man sich mal die anderen Nebelgebiete anschauen die wir schon gefunden haben Ob da jetzt auch die Bäume verschwunden sind Weil ich habe nämlich was gelesen Von den Entwicklern Dass die Auch erst einen Wald Vorgeplant hatten Aber das wohl doch nicht mehr umsetzen möchten Die sind auf ein viel älteres Konzept zurückgegangen Und das wollen die jetzt hier umsetzen Da soll es dann so Ja auch wieder so Krypten geben Aber das soll halt kein Wald mehr sein Oder nicht mehr so richtig Also wir sind jetzt schon fast über diese große Insel Drumherum Und da kommen wir auch schon wieder in das Sumpfgebiet Hat er noch Hunger? Ganz nichts mehr Würste essen Oh guck mal doch Da sind noch die Spinnenweben Hier sind ja auch noch Bäume auf der Map Aber es ist ja noch nichts generiert Deswegen wäre es echt gut Da nicht zu weit rein zu laufen So sah das eigentlich aus Aber das kommt jetzt eher hin Mit diesem flachen Land Zu dem was die Entwickler da geäußert haben Also diese Fluss Wieso im Seeschlangen Kriegt man die eigentlich auch an Land? Ich glaube nicht ne Weil die dann nicht Die kommen nur aus dem Ozean Und da müsste man weiter raus Ist das ein Gebirge? Da liegt doch Schnee oder? Täuscht das? Da ist doch Schnee Das ist ein Gebirge? Jawoll Cool Ein neues Gebirge Wie viel kann ich noch bauen? Portal? Ich glaube noch zwei ne? Ich würde das mal kurz Einen Augenschein nehmen Hier Boah das ist ja geil Nebellande und ein Gebirge Wo bin ich jetzt? Hä? Hier fängt ein Gebirge an? Tatsächlich Aber okay Das kann ja nur ein kleines sein Boah wie hell das wird Alter Meine Augen Augenkrebs Erst so dunkel und dann so hell Boah es leuchtet gerade übelst krass Also leuchtet es blendet meine ich So wie wenn du im Winter das erste Mal richtig voll Schnee liegt Und so die Augen mega blendet Der Effekt war jetzt gerade genauso Oh was ist denn das da? Wahrscheinlich nur ein Stein Vorsprung ne? Oh nein ich komm da nicht drüber Fuck 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 Na Joach gerade so Das ist keine Höhle oder? Ja gut die Drachen wieder am Stüssel Auf jeden Fall da ist ne kleine Hüte So Gucken wir da noch rein Ha Und dann würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Part Dann gucke ich mich nochmal auf dem Gebirge hier so ein bisschen um Vielleicht finden wir noch ne Frosthöhle wär so cool Und ansonsten geht es dann weiter mit der Reise Richtung Norden Den Landweg hier zu erkunden Ich bedanke mich Haut rein bis dahin Tschüss Tschüss